einen wunderschönen guten morgen das ist apigee one für mac und ios das modell aus 2013 die zweite generation von diesem usb audio interface was ein eingebautes mikrofon hat was für seine dimensionen ganz okay klingt man kann aber auch ein externes mikrofon anstecken das apigee gibt von stromspannung aus falls das mikrofon braucht es gibt einen digital analog konverter der kopfhörer sound so ein bisschen aufbohrt das ganze ist extrem flexibel aufzustellen wer viel unterwegs ist und seinen audio setup am ios am mac am portablen mac verwendet der weiß diese mobilität zu schätzen wenn man stationär an seinen arbeitsplatz gebunden ist dann kriegt man sicherlich audio interfaces die günstiger sind und mikrofone die noch eine spur besser klingen aber der kompromiss zwischen größe und soundqualität der schon sehr gut getroffen gerade wenn man als podcaster nicht weiß wo man den nächsten morgen aufwacht und wo man eine aufnahme starten will ach nee das waren die musiker dann ist man hier sehr flexibel das apigee one ist ein guter kompromiss zwischen größe und qualität auch wenn ein bisschen teuer ist aber insbesondere dann wenn ein mobiles setup braucht check check 1 2 3 check